Meine erste Reaktion, als ich den Speedy Cut Compact Eve ausgerührt war, wow, sieht nicht nach Katheter aus, sieht aus wie ein Kosmetik-Accessoire. Ich habe mich so gefreut. Mit den Kathetern fühle ich mich wirklich unabhängig, weil ich kann ganz spontan sein. Für mich ist es ganz wichtig, dass ich das Produkt gut und diskret transportieren kann, durch das, dass ich viel unterwegs bin. Einfach dieses so machen, wie ich es möchte, wie es mir gerade in den Sinn kommt und dass er gut handelbar ist. Das neue Öffnen jetzt bei dem neuen Katheter ist viel besser, weil es einfach, man kann nach beide Seiten öffnen. Also die neue Form des Katheters als Dreieck oder diese Dreiecksform hat für mich einfach gerade mit meiner schlechten Feinmotorik enorme Vorteile. Ich kann ihn besser anfassen. Ist einfach toll. Geht gut. Und auch vielleicht, wenn ich unterwegs bin, dass man dann so auch nochmal Kathedern kann, halt Richtung Beute. Und deshalb finde ich das ganz wichtig, dass ich beide Möglichkeiten habe und dass ich ihn wieder zusammenstecken kann. Und er hat dann die gleiche Größe, wie ich ihn habe, als ich ihn mitgenommen habe. Ich habe am Anfang immer gesagt, das Aussehen eines Katheters ist mir nicht so wichtig. Aber nachdem ich jetzt den Katheter gekriegt habe, muss ich sagen, ja, das ist doch wichtig. Weil es einfach unterstreicht meine Weiblichkeit und meine Spontanität und dieses Rausgehen-Können. Ja, also als ich jetzt diese Katheter zum Testen gekriegt habe, hatte ich die bei mir auf dem Tisch liegen. Es kam eine Therapeutin zu mir rein und sagte, was hast denn du alles in Kosmetikartikeln hier rumliegen? Weil sie nicht gedacht hatte, dass das Katheter. Und die war völlig erstaunt, dass ich dann sagte, du, nee, nix Kosmetik und auch keine Textmarker, nix, das was alle möglichen Leute, Katheter. Und das ist einfach schön jetzt da dran. Also durch das neue Design des Katheters, muss ich wirklich sagen, fühle ich mich wirklich mehr wie Frau. Und das ist einfach so. Danke.